Ich tritt hier auf zu fallen, ich brauche mal einen. In der Zwischenzeitung, die Information, eine Frau... Achtung, Achtung, liebe Blüttembergarten, wir haben hier drinnen. Die Information kommt von der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Mittlerweile ist hier auch die Presse vor Ort. Ich sehe hier meine Fernsehkamera und eine WDR. Ich habe gerade in der Musikpause meine Mama angerufen, weil ich Angst hatte, dass sie gleich in WDR einen Bericht sieht und in Sorge ist, dass ihr Sohn hier wieder Wiss gemacht hat. Wie viele gar nicht gesagt haben, ich war es nicht. Diesmal stimmt das sogar.